Hallo Leute, der Sorio hier und willkommen. Die nächste Folge, es geht weiter, ARC auf der Map The Valley. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und ja, wenn du die Folge noch nicht kennst, dann abonniere gerne meinen Kanal. Du darfst mir natürlich auch gerne einen Like da lassen, wenn es dir gefällt. Letztes Mal, für was du es nicht gesehen hast, habe ich hier das Alpha Kano erlegt. War ganz nett, ich habe 10 Level abbekommen. Für einen Alpha Kano bin ich jetzt Level 78. So, das heißt, wir können jetzt schon richtig Sachen auch erzählen. Rex-Sattel könnte ich machen, Quetz-Sattel könnte ich machen. Quetz müsste man erst mal finden. Und Rex genauso, die sind ja super bunt hier. Aber eigentlich war jetzt mal so die Überlegung, mal gucken, ob es hier oben irgendwas gibt, was sich vielleicht lohnt. Zum Beispiel ein Agent Havis, ich weiß nicht. Ja, mal so zu gucken. Da ist ein völlig bunter Stego gegen irgendwas. Mal so mal gucken. Gegen Sabertooth. Oh, ein Einer ist Level 140. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ja, da ist eine Menge los. Aber da ist ein Skorpion. Aber hier jetzt irgendwie ein Agent Havis, ein Adler, finde ich auch nicht. Gucken wir mal weiter. Irgendwo wird es hoffentlich welche geben. Das wäre ganz nett, mal einen zu finden. Die haben ja doch ein bisschen mehr Tragekapazität. Das und ein bisschen mehr Ausdauer auch. Okay, also weiter in die Richtung werde ich, glaube ich, nicht gehen. Ich weiß, dass es da unten richtig, hinten dann richtig böse wird. Und zwar richtig schnell richtig böse. Jetzt ein paar Skorpione. Das ist alles noch harmlos. Level Up verfügbar. Für mich. Schon wieder. Unglaublich. Das ist ganz unglaublich. Schon wieder Level Up verfügbar. So, bin ich Level 79. Ach, ganz schade. Ich habe das so ein bisschen lustig verteilt. Mal gucken. Ja, so. Ich weiß, dass es da dann relativ bald in den Bereich geht, wo du Wechsel hast. Und wo du da hinten dann auf Weifern hast. Unmenge an Alpha. Äh, nee, Giganotosauren. Das sind die Mehrzahl von Giganotosaurus. Giganotosaurus. Also mehrere. Und da will ich eigentlich gar nicht weiter hin. Öh, was ich gern machen möchte in der Mitte. Diese Sees. Gibt man gar nicht. Jetzt, wo gab es eigentlich? Wenn ich mich richtig erinnere. So eine. Da doch. So ein Felsen, der aus dem Wasser kommt. Und da würde ich gern, wenn ich so weit bin. Und Tech-Sachen habe. Eine Unterwasser-Base bauen. Weil das so als Idee. Was ich mir jetzt vorstellen könnte. Ob das dann so kommt. Ist natürlich eine ganz andere Sache. Und wann und so. Aber das wäre sowas. Wo ich denke. Das wäre doch eigentlich mal was ganz lustiges. Ja, eine Tech-Unterwasser-Base. Von der aus man das. Und vielleicht auch das Gebiet da hinten mal. Erkunden kann. So. Ich muss gleich mal kurz zwischendern landen. Und mal gucken. drauf spiel. Dann will man auch Platz haben. Dass jeder machen kann. So jeder sich ausbreiten kann. Und jeder sein Gebiet hat. Wenn man mehrere Clans heißen. Die nicht sondern Stämme hat. Tribes. Und so. Aber wenn du natürlich alleine spielst. Dann brauchst du keine riesen, riesen, riesen Map. Wenn du immer nur ewig braust. Um von A nach B zu kommen. Da ist ein Rex. Was ist denn für ein Level? 140. Well Contamable. Wenn der jetzt gerade da runterfällt. Da hätte ich das super gut klettern können. So. Können wir es mal probieren, oder? Also irgendwann habe ich das mal festgestellt. Sollte eigentlich in den Fuß gehen, aber der hat nicht funktioniert in den Fuß. Was macht der denn? Hä? Warum treffe ich den denn nicht? Was? Okay. Und dann müssen wir mal hier gucken. Aber ich muss natürlich gucken, dass der mich nicht trifft. Da hinten ist noch ein Rex. Der ist sogar rund. Ich gehe mal kurz gucken hier. Was der da ist. Nein, 25 hier. Alles klar. Ich komme es gerade hinter mir an. Nee, irgendwas gerade. Ich komme gerade an. Ich muss definitiv ein bisschen aufpassen hier. Die Menge los. Was ist denn hier ein Fintenz? Dann muss ich den, den ich schaffe zu killen. Dann müsste ich den killen. Komm mal wieder hier runter. Wechs die Leinchen. Dann ist es lustig, dass der wegrennt vor dem Parasair. Und den Parasair schein ich auch mal getroffen zu haben. Also eigentlich müsste er direkt den Parasair relativ einfach umgelegen können. Die ist jetzt echt lustig. Was ist denn das hier für ein Tanz? Der Rex fällt da gerade runter. Der Level 25. Wenn noch hält der Torpor, aber der trifft den nicht. jetzt. Genau. So, komm mal her, hier. Hopf mal da runter. Ich hoffe nämlich, dass du nicht hier hochkommst. Äh, ich hoffe mal, dass du nicht hier hochkommst. Der Wump ist da oben. Äh, wo will die jetzt hin? Da. Nicht getroffen. Ja, ist ja gut. Ich weiß, ich treffe den gar nicht. So, kommst du hier hoch? Mal kurz angucken, wie es aussieht. Oh, ich hab dich einmal getroffen. Willst du dich hier runterlocken? Komm mal her. Klumpst mal da runter. Genau. Und hier dürftest du jetzt nicht hinbekommen. Das würde mich zu doll wundern. Und auch, dass noch von oben nichts ankommt. Ach, denn dann dreht er sich zur Seite und geht weg. Das ist ja schon wieder zu weit weg. Warte mal, kann ich noch gucken, wie weit er ist. Aber ich hab schon eine ganze Menge Torpor. So, das ist schon gar nicht schlecht. Das ist schon gar nicht. Kommt hier noch Musik. Ich seh, wenn was anderes ankommt. Nee. Ich such grad blind auf den Rex zu schießen. Zumindest ist es hier nicht so gefährlich. Und eigentlich ein Rex, der teubt, das wird ja auch nicht angegriffen. Das ist ja das Gute dabei. Warum hab ich denn grad Schaden genommen? Nein, lass mich auf. Boah. Boah. Vieh. Da kam ein Sabertooth an oder irgend sowas. Das kann ich ja jetzt gar nicht brauchen. Ist schon dunkel genug hier. Sieht man schon kaum was. Wo ist denn der hin? Der ist Sabertooth. Hinten. Okay, da ist der Rex. Nein. Nicht getroffen. Ach, malo. Ich will ja auch nicht mich direkt vor den Rex stellen. Ich verbrauch hier Pfeil um Pfeil. Ist nicht so. Ich glaube, der Rex hat's aufgegeben, mich anzugreifen. Der hat schon gemerkt, dass er das nicht schafft. Ja. Nein. Wo ist er? Da ganz hinten, ey. Ist doch gar nicht... Müsste eigentlich reichen, aber wo ist er denn jetzt hin? Da ist er. Hier war nur irgendwo der Sabertooth. Der war auch recht hochlevelig. Da liegt er. Ich hab den Rex gelegt. Cool. Sehr schön. So. Ähm. Das ist doch schon mal super. Jetzt brauchen wir nur Prime Meat und müssen den zähmen. So, mal gucken. Was haben wir denn hier? Also, das müsste ja eigentlich machbar sein. Das gibt auf jeden Fall Prime Meat. Die muss ich mich nicht unbedingt anlegen. Super. Ich hab einen Rex. Der dürfte ja nicht von nichts angegriffen werden. Also, da bin ich sehr, sehr entspannt. So, mal hier. Ein paar, ähm, Aptoren. Ähm. Krass, hier oben ist ein Rock-Golam. Stein-Elemental. Hier war doch irgendwo dieser andere Rex. Der da. So, guck mal. Wie geht's dir denn? Dir geht's gar nicht so gut. Das ist super. Das finde ich sehr schön. Ich muss ein Ausdauer regenerieren. Also, der sollte uns noch genügend Prime Meat geben. Und wo da unten liegt, mein Rex. Und es wird langsam morgen. Das ist auch schön. Und so. Das ist echt krass, dass die Rexe an, an, Sachen hochsteigen können. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich keinen Schaden habe. Weil ich kalt ist. Ich bin idealerweise nicht für den Rex. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ich weiß mir, dass sie zu müssen. Nicht so oft. So, wir müssen die mal kurz runter. Ich kann mich hier oben nämlich hinsetzen und mal kurz die Ausdauer wieder regenerieren. Der müsste ja eigentlich auch fast weg sein. Das ist ja da unten. Der müsste fast erledigt sein. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Dann können wir den da unten. Nee, das ist mal ein. Den will ich haben. Den Kill will ich verändern. Oh, der sieht gar nicht blutig aus. Das finde ich echt krass. Leute. So richtig gut geht es uns zumindest nicht mehr. Hier, habe ich beide einmal mitgenommen. Du brauchst doch einen rein. Oh, da ist er tot. Ich habe hier einen Rex nicht bekommen. Aber okay. Ich hoffe, jetzt irgendwas kommt und ihn auch frisst. Muss ich das machen? Hat das wollen. Das Nasshorn. Das Rhino. Ich glaube, das kommt hier nicht hoch. Wollen wir mal. Ausdauer regenerieren. Dann machen wir das weg. Was haben wir an Pyramid 3? Das wäre nämlich nicht so super viel. Aber es ist ein Anfang. Ich glaube auch fast, ich muss die Tänke ein bisschen höher. Also stillen. Dann bürst du. Kommt, hoffen. Dann gibst du doch ein Pyramid. Nee. Aber okay, das ist ganz nett. So. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Irgendwo hier, wo muss so ein Rex rumliegen. Hier. Du willst gleich gar nicht. Dieser Dimmaphobe. Nicht getroffen. Ich muss jetzt mal Ausdauer regenerieren. Nicht, dass der irgendwie anfängt hier, Brimery zu klauen oder sowas. Nicht, die mal noch weg haben. Die können nämlich extrem nervig sein. Und dann geht es doch an den... Wichter? Nicht getroffen. Wichter denn? Der ist weg. Narkose. Nee, das gibt es nicht. Ich habe mir meine Narkose geklaut. So. Ein Punding. So, dunkel. Wer hat die mir das? Ey, der hat mir mein Narkosemittel geklaut. Und zwar alles. Das gibt es doch nicht. Okay, jetzt gucken wir erst mal hier. Rex. Kommt irgendwas an. Ja. Kommt. Oh, der muss dringend mal Ausdauer regeln. Ich hoffe, dass der hier nicht hochkommt. Ich hoffe, dass der hier nicht hochkommt. Die. Glaube ich, hier muss ich erst noch ein bisschen für Ordnung sorgen. bevor ich hier was machen kann. So. Okay. So. Steinpfeiler. Hallo. Hallo. So. Gut. Du lebst auch noch? Das ist sehr gut. Ich lebe auch. Ich hoffe, der hat keinen Schaden genommen. Oh, wo war noch dieser Dieser Säbelzahn. Sabertooth. Und dann muss ich... Okay. Pass mal auf. So, wir gucken jetzt einmal hier nach dem Rex. Das sieht alles sehr gut aus. Der ist noch ewig bewusst los. Das heißt, wir gehen jetzt erst mal in die Hose mit rein. Bevor wir hier irgendwas machen. Nee, warte mal. Ich muss das vielleicht schon reintun. Ja, die enthält ihn das noch. Wollen wir mal kurz gucken. Fünf Minuten. Eins, zwei, drei, vier. Muss ich immer schon Fleisch rein bei dem? Ja, so. Dö, dö, düm, düm. Gucken. Also brauche ich auf jeden Fall noch mehr. Das wird ein bisschen dauern, ne? Den zu 10. Ich muss, glaube ich, auch meine 10-Geschwindigkeit noch hochsetzen. Und dann melde ich mich wieder. Halt, ich muss da... Oh, ich muss ganz schön weit. Und dann melde ich mich wieder, wenn ich den Rex hoffentlich dann gezähmt habe. Ja, also dauert ein bisschen bis dann. Hallo, Leute. Da bin ich wieder. Und da kommt mein Rex an. Und, ähm... Der ist gezähmt. Level 193. Das war leider nicht so ein ganz perfekter Zähm. Äh, ich bin gerade ein bisschen... Ich war gerade eigentlich noch unterwegs. Das Problem ist, da war auf einmal ein Alpharex. Da hinten. Ja, so. Wartet mal. Guck mal mit, du. Den muss ich mal kurz hier rüberbringen. Das ist mir gerade zu unsicher, weil ich glaube, ein Alpharex würde den nämlich angreifen. Und der macht den natürlich in 0, gar nichts kalt. So, dann können wir den hier rüber erstmal mal hier schlagen. Wollen wir mal, dass der hier sicher ist. So. Gut. Und dann gehen wir... Dann gehen wir nämlich mal gucken. Ich habe nämlich so aus Spaß und Langeweile an der Freude mir einen zweiten Rex gezähmt. Der liegt hier. Das ist ein Level 150 Rex. Der, äh, ist noch relativ neu. Ist der gerade da hinten durch die Wand gepackt? Oder war der... Ist der nur aus dem Sichtfeld raus? Sehr merkwürdig. Ähm, der ist noch relativ neu. Ja, aber ein Level 150 und das könnte sogar ein perfekter Tame werden. Ähm, ich mache mir nur gerade ein bisschen Sorgen wegen des Alpharexes, der hier rumrennt. Da, guck der mal. Ein Alpha T-Rex Level 55. Das ist natürlich... Das ist natürlich mies. Ähm, weil der mein Rex am Boden glaube ich, vermute ich mal. Bei den Bewusstlosen vielleicht nicht, aber sobald ich den zähmen würde, würde der den, glaube ich, aufessen. Ich würde gerne hier noch ein paar Miet kriegen von dem. Damit ich den nicht sehen kann. So, noch keine Anzeige. Ich gebe ja hier immer über den Text rüber. Aber eigentlich kein Schaden. Ich habe mich mal mitbekommen. Ja, ich habe mal ein bisschen bekommen. Okay. So. Noch zwei Rexe. Oh Mann, oh ey, hier ist gerade echt was los. Das ist gerade ganz schön heftig. Da ist gerade auch ein bisschen schwierig, sich sozusagen an... Weil ich muss irgendwann den Rex herfüttern, ohne dass ich den anderen... Also der andere da hinten, der muss auf jeden Fall da stehen bleiben. Und irgendwie den Alpharex wegkriegen oder sowas. Und ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das ist schon mal ein guter Anfang. Der eine Rex hier, der sah auch schon ganz schön mitgenommen aus. Dann könnte man sogar was machen, denke ich mal. So. Oder, ne, ist schon wieder hochgeheilt. Aber das eine ist nur ein beniedrig-level-gelegger. 60, Level 60 Rex. Ey, der ist krass, rennt hier ein Alpharex rum, ey. Also hier gibt es eine Menge Alphatiere, habe ich schon gesehen. Ich habe auch schon Alphatoren gesehen. Ja, der Alpharex, der wird natürlich auch nicht sterben. Das ist halt... Also ich glaube, die beiden Rexe werden meinem Rex da drüben. Die werden dem nicht gefährlich, aber... Da sind die beiden. Aber der Alpharex könnte dem gefährlich werden. Hat der mal den Alphatiere doch ewig, um sowas aufzufuttern. Ich kann nicht den damit gleich noch ein bisschen weglocken. Hier ein bisschen Primit abstauben. Ja, ich habe das bekommen. Der ist noch da. Nochmal versuchen. Den dann ein bisschen versuchen wegzulocken. So. Der Akku gezogen auf mich. Nein, nicht so richtig. Äh. Das ist echt schwer. Das ist natürlich echt Mist. Ja. Nein. Jetzt kommen wir noch die. Diese. Oh nein. Das muss ich definitiv um meine Ausdauer achten. Nein. So, dann muss ich mal gucken, dass ich die Spile Meat mal in den Rex reinstopfe, was ich jetzt habe. Und dann hoffen, 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 dass der Alpharex in die andere Richtung geht. Bitte, bitte, bitte. So, die beiden Rexe mache ich mir eigentlich keine Sorgen. So, dann werden wir es mal so gemacht, dass der Alpharex in die andere Richtung geht. Ja, guck mal. Der hatte fast nichts an der Gesundheit vorbereitet. Das ist jetzt so. Der Rex ist da, der andere Rex ist da. Okay. Das ist jetzt die Chance, glaube ich, hier. Und zwei, drei Minuten, bevor das Prime Meat drauf geht. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Das machen wir aus der Luft. Mit unserem Fernglas geht das, ja? Oh. Teaming-Effektivität. 99,7. Das klingt doch super. So. 60. Aber jetzt ist erstmal gut voll. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch mehr. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Prime Meat. Okay, ich werde das mal, weil die Folge ist ja jetzt schon super lang, ich mache das mal im Off und dann... Wobei, nee, ich mache das nicht im Off. Das ist ja jetzt eigentlich das Spannende. Schaffe ich das hier? Ähm, schaffe ich das, das zu machen, den zu Tän? Wohl hier zwei Rexer, die mich nicht so sehr stören, rumlaufen und ein Alpha Rex. Und echt, hier hinten wird es dann auf einmal echt gefährlich. Es ist echt krass. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Prime Meat. Und vermutlich auch... Ich werde da mal noch einmal normales Fleisch reinstecken. Also... Und die Zähnung wieder sinkt. Obwohl ich nicht aufgepasst habe. Guck mal, was wir hier noch haben. Der ist ein bisschen zu viel. Das ist einfach zu viel. Hier ist nichts los. Die werden ja alle nicht angegriffen. 13,3. Hm, 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 hm. Die ja nicht ewig hier damit zu bringen. 1,6. Das ist relativ gering. Da war ein Raptor. Da holt er einen Raptor. Da musste ich noch einen Schnellwenkel. Das ist jetzt mal auf. So. Das haben wir erledigt. Einmal Ausdauer regenerieren. Mal gucken, wie viele haben wir bekommen. Oh, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Das reicht, glaube ich. Das reicht. So, dann auf zum Rex. Dann mal gucken. Da muss ich hin. Die Richtung muss ich. So. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Da liegt er. Jetzt ist die Frage, wo ist der Alpha? Da drüben steht meiner. Der grüne, das ist meiner. Der grün umrandete. Das ist nicht der Alpha Rex. Der ist der. Okay. So. Alles safe hier. Wenn ich die beiden habe, dann schnell abhauen. So. Das wird ein bisschen dauern noch. Aber okay. Ähm. Sollte jetzt ein Primate eigentlich reichen. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Keine Ahnung, was er mir geklaut hat. Aber dieser. Dämliche Vogel. Ich sehe gerade nichts. Boah, ich treffe den nicht. Naja. Der dreht sich jetzt immer höher. Das ist das komische dabei. Der geht dann immer höher. Ja. Der wird dann keinen Schaden an dem Rex machen. Das ist okay. So. Aufgegangen. Ja, oder? Ja. So. Gucken wir mal kurz. 78% haben wir. Also das dürfte funktionieren. Sobald der natürlich aufsteht, ähm, wird der, könnte der andere Aggro kriegen. Müssen wir mal ausmachen hier. So. Gucken wir mal hier. Machen wir einmal Ausdauer nochmal. Ich habe auch noch ein Level bekommen. Das kommt in Gesundheit. Und dann bin ich Level 80. Krass, ey. Das ist das Alpha-Kano. 10 Level. Das war unglaublich. Ja. So. Ich werde mich nicht direkt daneben setzen. Und warten, weil nachher ziehe ich nur irgendwas Aggro da drauf. Macht Schaden. Und dann sinkt die 10 Effektivität. Und dann gucken wir mal, was der andere hat. Der dürfte noch ein bisschen mehr haben. Der war ja sowieso 10 Level höher. Und, also der war 150. Und, müsste bei deutlich über 200 auskommen. Das könnte ein perfekter Tame werden. So. Gucken wir mal. Alpha Rex. Der wird ja hier die Richtung abgedampft. Das wäre super. Da drüben ist er ja, da drüben ist er gut. Da kann er sich gerne mit irgendwas vergnügen. Boah. Krass. Krass, 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 krass. Ich soll bloß nicht hier rüberkommen. Dann blieb ich zufrieden. Also das ist der erste, der fertig gezähmt ist und wir abgehauen sind. Dann kann er hier auch ankommen. Dann ist er wieder. Mal gucken. Man sieht es ja auch. Und dann werden wir noch mal kurz gucken, ob er noch genug zu essen drin hat. Können wir eigentlich jetzt schon mal machen. Ich glaube, ich hatte auch noch ein bisschen mit dem Terranodon. Ah, das reicht. Das reicht. Alles gut. So, warte mal. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viel Level der Kräger wieder. Mal gucken. Ah. Nicht feststecken. Steckt man auf dem Terranodon fest? So, das zeig mir mal an, bitte. Plus 74 Level. Sehr schön. Und es fängt an zu regnen. Plus 4... 95% hat er jetzt schon. Hat er so gerade gegessen. Das heißt, es dauert noch einen kleinen Moment und dann sind wir durch. Ich bin sehr zufrieden. Und 75 Level... 74, 75 Level irgendwie dazu. Also bei 200 irgendwas in die 20, 24, 25. Das ist doch richtig gut. Dann ist der da drüben ja schon dann fast Low Level. Naja, nicht wirklich, aber... Und wenn man die dann noch hochlevelt richtig, dann könnte man mit beiden zusammen... Maid boostet auch noch, dann ja. Äh, weil es ein Männchen und ein Weibchen. Ähm, sogar mal gucken, ob man so ein Eiferex angeht. Ja, da drüben. Und... So, jetzt warten wir noch kurz drauf, bis der... bis der frisst und bis der gezähmt ist. Und dann gehen wir da rüber und den Weg dann finde ich, glaube ich... Also der Weg nach Hause, der ist dann harmlos. Da lang nach Hause ist harmlos. Das ist nicht das Problem. Und dann habe ich zwei Rechse. Ey, krass, gleich zwei Rechse. Männlichen und weiblichen, das ist super. Ja. Und, äh, ein Max-Level tatsächlich. Ein... von Level 140 gezähmten. Äh, ne, von 150 gezähmt wird der dann und der dürfte optimal gezähmt sein. Besser geht's nicht. Und der da drüben steht, der da hinten, der ist nicht... nicht ganz Max-Level nicht ganz optimal. Ne. Also, ich dachte, jetzt ist er fertig, aber es war nur der Terranodon, der da auf einmal vorgelaufen ist. Ähm. Dann ist die Folge ganz schön lang geworden. Ja. Sorry, Leute, dafür, aber ich glaube, ich glaube, das ist ja das, was man, was dann wirklich spannend macht, zu sagen, jetzt hier, wenn da laufen wir Rechse rum, da hinten irgendwo ein Alpharex, der da schön irgendwo ganz weit bleiben kann. Da ist er fertig. So, komm mal mit. 224, genau. Super. So. Ich werde mit denen dann erst mal zu meiner Basis gehen. Und dann werde ich mir da die in Ruhe nochmal angucken. Ja, das meine ich nicht jetzt, weil, äh, jetzt ist hier gerade high life hier. Ja, also, kommst du aber raus, oder, Rex? Komm, komm raus. Genau. So, und du fangst mir bitte auch. Und dann werde ich erst mal zu meiner Basis gehen und dann sehen wir uns da wieder. Dann gucken wir uns die Rechse nochmal an. Bis gleich. So, da bin ich an meiner Basis und jetzt gucken wir nochmal. Ja, Rex Level 193. Gucken wir uns mal die Werte an. 6800 Gesundheit, 1470 Ausdauer, Nahkampfschaden 3190 und kackt. So, das können wir gleich mal mitnehmen und wegpacken. Und der hier, 7500 Gesundheit, ne, 7700, muss noch ein bisschen hoch sein, 2000 Ausdauer und 405 Nahkampfschaden. Also, ist besser, was jetzt nicht überraschend ist und sehr schön. Da freue ich mich, da geht's dann nächste Romale mit Rechsen los. Ich brauche, ich brauche das Zeug hier weg. Ja, schnell weg und ja, dann schauen wir mal, was dann so nächste Woche kommt oder was heißt nächste Woche, nächstes Mal. Wenn ich mit den Rechsen dann wahrscheinlich mal unterwegs bin, wir schauen einfach mal. Oh, ach so, muss man noch was die stehen. Verhalten, Verhalten ist neutral, bitte. Ja, was heißt Verhalten, Verhalten neutral. Also, wenn die angegriffen werden, dann dürfen die bitte oder wenn die irgendwas angreift, dann dürfen die bitte auch ein bisschen mithalten. Ja, so. Gucken wir mal hier rein, haben wir hier ein paar Bären, ja. Okay, Leute, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe zwar wechselt, krass, also das, ich wollte ja eigentlich ein Agentar besuchen und jetzt habe ich hier die beiden Kollegen hier. Warte, nochmal, die mal beide entweder gerade ausgucken oder, genau, so. Foto. Und, da habe ich halt mal zwei Rechsen. Ja, ist auch nicht so schlecht, ja, kann man schon mal gebrauchen. Okay, äh, schreibt mir gerne in Kommentare, was ihr davon haltet und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.